Hallo liebe Leute und guten Morgen an alle die es morgens shoppen, keine Ahnung. Wie ihr seht, Transformers, mein zweites Projekt, was ich anfangen möchte. Und ich bin hier in der Kapitelauswahl, natürlich erstes Level, erstes Kapitel und so weiter. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Spiel und befinden uns direkt auf der Arche. Arche? Arche. Ja, einmal habe ich reingeguckt, natürlich für die Aufnahme. So, und dann mal schauen, was uns jetzt erwartet. Das Ding sieht nicht gesund aus. We have no choice, Bumblebee. War is lost. Leaving our home is the hardest decision I've ever had to make. It has been a long, painful war with the Decepticons. Whatever lies beyond that portal is our best and last hope, my friend. We're approaching the portal. Gotta indicate that it's growing more unstable. At this rate, it may close before we even get there. Megatron. Da fliegt der Bumblebee. Also, das müsste ja doch sein, ne? Ruf in den Kampf. Mh, mhm. Bumblebee, you're with time. Optimism, he's coming around. Bang, the maker. He's been through worse. Voice chip is still crashed. Nothing new there. Base-Elejon-Levels are almost normal. Overshields are charging up. I need to test your retinal scanners. Follow the light. Oh, da. Wieder mal das alte Problem mit den Legs. What? Die sind was? Nein. Äh, gefallen dir die Einstellung? Na klar. Umgekehrt. Warte, nutzt du den Schalldämpfer? Gut. Boah. Fetzt. Ah, don't forget to reload. Hopp. Lass die Maustaste zum Zoomen. Alles klar. Standard. Hoch. Ey, nee. Das ist ja... Ne? Hier muss ich mehr nach den Legs schauen, als jetzt bei Mafia, weil hier ist so ein bisschen mehr Reaktion gefragt. Jetzt... Hallo? Lauf mir doch nicht vor die Linse, ey. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los, ey? Macht der eigentlich noch dicke Kamer... Moment, Moment. Kameras und dann sowas. Fand ich auch geile Moves. Oh. Boah, 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 boah. Ich bin ganz deiner Meinung. Dann, äh, wahrscheinlich muss ich gehen. Hier bleibt hier und beschützt die Brücke. Wuuuut. Alles klar. Na? Wer möchte mal? Warte, die ist denn hier los? Hi, die Klinge? Warte, boah, 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 boah. Ach, hör doch auf. Das soll nicht gefährlich werden. Oh, das leckt so abartig ab und zu. Leertaste zum Springen. Das hat mich sogar schon rausgefunden. Danke, Spiel. Wuh! Ah, haha, noch mehr rausgefunden. Danke. Kannst du dein Gestänge nicht woanders reindrücken? Tja. Und zwar stehen. Fuck, jetzt hab ich nicht drauf geachtet, wann ich angefangen hab aufzunehmen. Na, dann wird die erste wohl leider Gottes ohne Cut mit Neuansage. Ist ja geil, was du hier so machen kannst. No. No. Aha. Aha. Ich steck's nach. Aha. Nahkampf. Nice. Bam. Boom. Ah, ich hab' beschossen. Ja. Äh. Oh. Nein. Ich wollte dir helfen. Ich schwöre. Ja, dann geh' ich doch mal dahin. So, bestimmt in die Richtung, oder? Ja, ja, uah, uuuhh. Ja, klar. Ich bin ja nur aus Metall, wa? Achso, ja gut. Bist du böse? Ja, du bist gut. Aha. Okay, das, das ist ja, hier, boah, ist das schlimm. Bang, 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 bang. Boah, was für Euphorien die hier entwickeln. Komm schon. Noch einer? Hä? Du bist noch am Leben. Hier, ich nehm' Abkürzung. Ich bin der Coole von uns. Aber warum ist denn nicht das gelbe Auto? Oh. 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 Jetzt kommt der schon wieder da an. Was ist dat denn? Oh, was, ich krieg hier so schwer Luft, wenn du halt immer hochmachst. Ja, ich hab' aber keine Taschenlampe. Oh, ich hab' aber keine Taschenlampe. Ja. Oh. Da werden ja leichte Kindheitserinnerungen, wa? Wobei, nee. Ja. Ich glaub, da war ich schon ein bisschen älter. Oh. 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 Aktion doch macht doch mal Platz das können wir vor wie cool ist das selten gefällt mir vor nun Platz da genau Progur Protagonist Programme ist es auch gut Sprachfehler ja was bist du denn du dich auf jeden Fall haben gib her ey komm schon oh man hier einfach mal F drücken schwere Waffen auf oh ho 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 das gefällt mir doch so wer möchte wer hat ein Problem was ist los was ist los ach da na ah ist das geil wow oh komm wie keine Munition mehr na super so was haben wir hier das ist Munition für meine Waffe ne aber ich kann umstellen ah ok sammle doch ein ich hab sie nix wie meine oh ah ja toll Andre wir lernen lesen und schreiben wow wow kann ich jetzt mal das treffen was ich auch treffen möchte wow wie sieht das mit dem Nakel aus so richtig cool pass auf ach Gott der ging schief ok ich lass das schon ich hab gar nichts gemacht jetzt sei mal ruhig ich hab Probleme schreib mich nicht mal an oh das sieht so fett aus oh das sieht so fett aus so support's open ich komm da auch so durch oh das könnte weh tun komm schon ist das ne das ist doch nicht ist das ist doch ein Megatron oder ach weh zum krischen ach weh zum krischen even if you destroy the Megatron others will rise to def